Die Preise hier sind vollkommen in Ordnung, als sie nicht sehen. Kannst du nicht meckern? Also ich denke, der Rest ist ja inklusiv. Dann gröbelst du bestimmt. Guck mal, ein Höhepisch. Danke. Oh, herrlich, ne? Oh, und nein, dein Leben. Ich hoffe, ich kriege den Früh mal vor meinem Geburtstag rein, weil wisst ihr warum? Alle drei haben erstmal einen schönen leckeren Fohsalat. Weil wir hier, genau, ich denke mal an dem Platz, weil da steht der Tisch, mein Geburtstag fern werden, wie mit der Karibik-Club. Ist das mega. Ich finde das so schön, dass wir das hier machen. Hier ist der kleine Reiertisch, das ist auch sehr lecker. So, schauen wir, was kommt gleich. Meine Freunde, das Bier auf der Ida Steller im Tauch ist immer drauf. Es wird auf dem Schiff direkt gebraucht durch Meereswasser. Wahnsinn, oder? Es schmeckt absolut lecker. So, ich bin sehr, schön. Ich bin sehr, schön, okay. Also, ich bin sehr, schön, aber das soll doch schön. Und das, wie viel ich ja hier bin. Also, ich bin sehr, schön. Ich bin sehr, schön, ich bin sehr auf dem Schiff. Ich bin sehr, schön. Das ist für Tiago Wurzirka. Danke. Herrlich, herrlich. Danke. Schaschen. Danke. Jetzt kommt noch ein Schaschleck. Schalte Karril. Darüber werden wir jetzt nicht zusammengehen. Sieben, achten Gerüste auf dem Tisch liegen. Jetzt ist ein Schaschleck weg. Da kommt es. Da kommt das Schaschleck. Ah, herrlich. Herrlich. Bestes Brauhaus. Danke. So, jetzt von der Letzte. Ich wollte Rot-Weiß. Ich wollte Rot-Weiß, genau. Danke. So, Tschüssi. Bis später. Oh, Hammer. Love. Scheiße. Vor lauter Küche los habe ich vergessen, Bier zu trinken. Das ist ein Scheiße. So, da gebe ich es nicht. Also, nachholen jetzt. Ah. Erster. Yeah. Guck mal, die anderen sind noch dran. Haben die noch nicht aufgegessen. Ich aber. Ah. Erster. Ich komme mal aufs Treppchen. Okay. Danke. Danke. So, das Bier geht auch schon eins weg. Ich komme mal aufs Treppchen. 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 schlimmer度. Okay. Ich komme nicht mal aufs Treppchen. Vielen Dank.